Hallo zusammen und guten Morgen. In diesem Video geht es noch einmal um das Porträt Zeichnen. Heute gibt es Tipps für Fortgeschrittene. Um euch direkt unterschiedliche Techniken beim Zeichnen zeigen zu können, stelle ich euch heute die Arbeiten eines ehemaligen Schülers und einer ehemaligen Schülerin von mir vor. Wenn ihr sehen möchtet, wie die beiden diese fantastischen Arbeiten gezeichnet haben, dann bleibt einfach dran. Leute, ich sage gleich, wie es ist. Falls ihr derart naturalistisch zeichnen können möchtet, wie die beiden hier, dann braucht ihr Geduld und Zeit und Übung. Alena und Aramis, deren Bilder ich hier heute verwenden darf, zeichnen beide schon über Jahre hinweg wirklich viel und oft. Und sie haben auch nicht direkt mit solch komplexen Porträts angefangen, sondern auch erstmal die Grundlagen des Schattierens gelernt. Heißt, falls bei dir die Basics noch nicht gut sitzen, dann solltest du diese erst einmal ein bisschen üben. Du findest auf meinem Kanal einige Tutorials zu einfachen Gegenständen. Das gerade rechts oben verlinkte Video hilft dir weiter. Und auch was die Grundlagen für das Porträt Zeichnen angeht, so wird dir mein Video mit Tipps für Anfänger innen dazu erst einmal weiterhelfen. Auch hier jetzt der Link rechts oben. Wenn ihr beim Zeichnen tatsächlich dran bleibt, dann entwickelt ihr mit der Zeit nicht nur ein technisches Können, sondern auch individuelle Stile und Vorlieben. Dazu gehört bei vielen auch das Verwischen des Bleistifts. Der Albtraum vieler Kunstlehrer. Richtig eingesetzt, aber tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Aramis wiederum baut seine Zeichnung Schicht für Schicht auf und kombiniert dabei unterschiedliche Stifte, überwiegend Bleistifte und Künstlerfarbstifte in unterschiedlichen Grautönen. Damit das Bild am Ende eine derart plastische und stoffliche Wirkung hat, legt Aramis viele Schichten der Farbmittel nach und nach übereinander. Was jetzt also? Wischen, Schichten, Schummern, Schraffieren. Ihr habt einiges an technischen Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Deshalb werde ich euch im Folgenden die grundlegenden Techniken mal kurz vorstellen und euch Vor- und Nachteile aufzeigen. Als Beispiel hierfür dient einmal wieder die Kugel. Die genaue Schattierungsübung bekommt ihr bald in einem separaten Video. Hier geht es erst einmal darum, euch die Techniken vergleichend vorzustellen. Erstens Zeichnen in Schichten. Dies ist quasi die Einsteigertechnik beim Zeichnen. Mit dem Bleistift wird eine zarte Schicht aufgetragen. Diese ist entweder möglichst gleichmäßig oder aber es wird direkt versucht, einen Tonwertverlauf zu erzeugen. So füllt man erst einmal Teile der zu bezeichnenden Fläche. Dann werden über die erste Schicht weitere Schichten gelegt. Dies macht man, um Lücken zu füllen oder um bestimmte Stellen stärker abzudunkeln. Auf diese Weise arbeitet man sich vorsichtig vom Hellen zum Dunklen vor. Die meisten kommen beim Schichten an einen Punkt, an dem kleine Unebenheiten stören. Um dann eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzeugen, wird gewischt. Nein, nicht den Finger. Zum Wischen gibt es nämlich ein paar wirklich brauchbare Werkzeuge. Mit diesen bekommt ihr eure Oberfläche gleichmäßig und vor allem sehr weich. Der Nachteil hierbei ist, dass eure Zeichnung in dieser Technik sehr glatt gepopelt wirkt. Künstlich, so wie Plastik oder zu viel gefotoshoppt. In bestimmten Bereichen einer Zeichnung ist das durchaus brauchbar. Zum Beispiel für feine, zarte Hautbereiche. Aber durch das viele Wischen geht die Struktur verloren. Und wenn diese fehlt, dann wirkt das Ganze sehr unecht. Deshalb ist es wirklich gut, wenn ihr auch die nächste Technik beherrscht. Drittens, die Schraffur. Bei der Schraffur-Technik setzen wir feine Linien in gleichen Abständen nebeneinander. Benutzen wir einen Spitzenstift, so erhalten wir starke, klare Linien. Mit einem etwas stumpferen Stift wird der Auftrag weicher. Im Vergleich zum Wischen lässt sich mit dieser Technik die Struktur eures Papieres erhalten. Das ist wichtig, weil ihr Oberflächen dadurch lebendiger wirken lassen könnt. Feine Strukturen, aber auch Falten und Poren sehen schlichtweg realistischer aus. Und falls euch doch Unebenheiten stören, dann bitte mal nicht wischen, sondern zu einer weiteren Technik greifen. Viertens, das Kombinieren unterschiedlicher Stifte. Arbeitet mit einem härteren und am besten ganz spitzen Stift. Mit diesem legt ihr eine weitere Schraffur über eure bisherigen Schichten. Der spitze, harte Stift bringt nun das Grafit in die Täler der Papieroberfläche. Aber die Struktur bleibt euch in der Schattierung erhalten. Kombiniert also verschieden harte Bleistifte. So könnt ihr feinste Tonwertverläufe erzeugen und erhaltet euch dennoch eure Blattstruktur. Härtere Bleistifte sind übrigens hervorragend geeignet, um die Schattierungen in den hellen Bereichen eures Bildes ganz vorsichtig aufzutragen. Fünftens, nach einem Vorbild arbeiten. Die Zeichnung unten rechts ist nach diesem Vorbild hier gestaltet. Das Bild gibt mir realistischere Informationen vor, zum Beispiel für Differenzierungen in den Schatten oder für konkrete Lichtspiegelungen und Highlights. Im Prinzip muss ich jetzt nur genau das zeichnen, was ich auf meiner Vorlage sehe. Bei Aramis kann man hier links unten im Bild sehen, wie er sich auf dem Display immer wieder die Details anschaut, die er gerade zeichnet. Besorgt euch auf jeden Fall eine Vorlage in guter Auflösung, damit ihr die Details auch sehen könnt. Und damit kommt mein sechster und letzter Tipp für dieses Video. Details ausarbeiten. Alenas Zeichnung hat einen hohen Grad an naturalistischer Stofflichkeit. Sie hat einzelne Haare, kleine Falten auf den Lippen, Lichtreflexe, aber eben auch Poren auf der Haut ausgearbeitet. Poren? Ja. Ich zeige euch noch kurz, wie ihr das bewerkstelligen könnt. Als erstes kümmert ihr euch um den richtigen Tonwert und die lebendige Oberfläche eurer Haut. Wenn es denn sein muss, wischt. Falten und größere Unebenheiten tragt ihr genauso auf, wie sie in eurer Vorlage erscheinen. Und nun kommt ein ganz wichtiges Werkzeug zum Einsatz, der Radiergummi Stift. Ihr könnt ihn, wie in diesem Beispiel, dazu nutzen, um Highlights in eine Zeichnung zu setzen. Ihr könnt ihn aber auch zum Schattieren benutzen. Wenn ihr ganz vorsichtig nur wenig Grafit abnehmt, dann könnt ihr so feinste Grautöne erzeugen. Und das mit den Poren, das funktioniert eigentlich auch ganz einfach. Wenn ihr es ganz genau halten möchtet, dann setzt ihr in eure Poren noch eine kleine Schattierung. Für wirklich feine, weiche Oberflächen könnt ihr auch direkt Grafitpulver mit einem Pinsel auftragen. Damit lassen sich ganz zarte, helle Bereiche recht unkompliziert nuancieren. Und um auch diesen Bereichen etwas mehr echtes Leben einzuhauchen, könnt ihr auch hier mit Radiergummistiften arbeiten. Wie ihr seht, lässt sich durch Radiergummistifte noch mal einiges an Stofflichkeit rausholen. Und wenn wir gerade schon bei Materialien bzw. Stiften sind, die ihr unbedingt benötigt, dann bitte noch Acryl- oder Gelstifte. Alena kombiniert beim Zeichnen Bleistifte unterschiedlicher Härtegrade, einen Knetradiergummi, einen Trockenmarker, wie gerade schon erwähnt einen Gelstift und zum Wischen Papiertücher und Wattestäbchen. Und so schaut das Ganze dann in der Anwendung aus. Ihre Bildvorlage überträgt sie Freihand mit Hilfe eines Rasters. Anschließend werden die Schattierungen durchgestaltet. Wenn der Tonwert sitzt, dann wird gewischt. Und nachfolgend geht es an die Details. Haare, Lichtreflexe, kleine Falten. Je mehr ihr auf die Wiedergabe von Details achtet, desto naturalistischer kann eure Zeichnung werden. Das erfordert natürlich auch, dass ihr euch eure Vorlage wirklich genau anschaut. Und dann gilt es, diese ganzen stofflichen Feinheiten gestalterisch in eure Zeichnung zu übertragen. Welche Techniken oder Stifte ihr schlussendlich dafür gebrauchen könnt, das solltet ihr selbst herausfinden. Sobald ihr die grundlegenden Darstellungstechniken beherrscht, bezeichnen nämlich eine sehr individuelle Sache. Und dann wird es richtig spannend. Schon kleine Unterschiede in der zeichnerischen Darstellungstechnik können zu großen Unterschieden in der Bildwirkung führen. Alenas Bild hat formal einen hohen Naturalismusgrad. Die Darstellung der Person ist inhaltlich gesehen idealisiert. Aramis Zeichnung ist im Vergleich formal etwas weniger naturalistisch. Dafür aber inhaltlich realistischer. Aramis Portrait stellt die abgebildete Person mit all ihren Falten und Hautunebenheiten dar, ohne sie idealistisch zu überhöhen. Das nennt man Realismus. Was den formalen Grad an Naturalismus angeht, so arbeitet Aramis die Feinheiten nicht ganz so detailliert aus wie Alena. Das braucht er auch gar nicht. Gerade durch seine leicht abstrahierende Darstellungsweise wirkt sein Bild so realistisch. Welche Darstellungsweise für euch die passende ist, das erfahrt ihr übrigens nur durch ausprobieren. Na, Bock auf Zeichnen bekommen? Mehr Tipps zum naturalistischen und zum realistischen Zeichnen gibt es bald in einem weiteren Video. Und falls dir der Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus nicht klar ist, dann solltest du das Video auch gucken. Also am besten Kanal abonnieren, dort Glöckchen aktiv halten, die Bleichtifte spitzen und bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.